Musik So, Springfahrt Nummer 2 Musik 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 Schilde sind unten Musik 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 Das wird mir eigentlich nur noch eine Bombe Musik 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 Das wird nicht reichen, weil ich nämlich die verdammte Bombe nicht finde. Alter, wo haben die denn die versteckt? Sprengladung! Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren! Sprengladung! Geh, 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 Geh... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt noch eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, ähm... Wie war das nochmal mit dem Houdi? A mit F ist heilen, okay Riecht nach Rauch und Tod A mit F ist heilen, okay So, machen wir das noch auf Können wir nachher gucken, was wir gekriegt haben Und hier noch schnell Ich glaube, jetzt haben wir alles eingesammelt, oder? Normandy, der Sender ist sicher Er bietet sofortige Abholung Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht Etwas muss ihn aktiviert haben Roger Normandy, ich warte Shepard! 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 Oh, oh oh! Oh, oh oh! Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianz-Schiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender. Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Dieser Mensch muss eliminiert werden. Okay. Lange ist her, dass ich das gespielt habe. Ich habe keine Ahnung mehr, ob das geht wirklich nicht. Also im Groben weiß ich es noch. Zerstören der Menschheit, der ganzen Galaxies, bla bla bla. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Schlecht. Ein bisschen Kopfschmerzen. Nichts Ernsthaftes. Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Ja. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Nicht Ihre Schuld. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Gute Arbeit. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwungen. Hm. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Käpt'n Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Käpt'n. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.